So, heute im Test, KTM XC 300, Supermoto, ein Drückter, die TTI. Ich bin gespannt. Der Junge fühlt sich echt bummig. Ach, Freude! Oh mein Gott! 150 kmh, also 500 kmh. Krankheit. 1,2,3,5 kmh, also 500 kmh. 1,2,3,5 kmh, also 500 kmh. 1,2,3,4,5 kmh. 1,2,3,4,5 kmh. Ich muss so fahren. Nein, sei KPI, ein Spritzer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also glaubst du, das ist das krasseste Bike, wo ich mich jetzt hier gefahren bin? Also das ist gar... Boiler. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR